Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das für alle Autofahrer, die gerne Zeit sparen und ihre Reise bequemer gestalten möchten, von Interesse sein dürfte. Wir tauchen ein in die Welt von Bip & Go und schauen uns an, warum es an Mautstationen eine echte Game Changer ist. Bevor wir in die Vorteile eintauchen, lasst uns kurz klären, was Bip & Go eigentlich ist. Bip & Go ist ein elektronisches Mautsystem, das es ermöglicht, Mautgebühren an Mautstationen automatisch und ohne Verzögerung zu bezahlen. Einer der offensichtlichsten Vorteile von Bip & Go ist die Zeitersparnis. Am Mautstationen müssen Sie nicht mehr anhalten, um Barzahlungen zu tätigen oder Tickets zu ziehen. Das System erfasst Ihre Bip & Go Box automatisch und die Maut wird direkt von Ihrem Konto abgebucht. Schluss mit der Suche nach Kleingeld oder dem Hantieren mit Kreditkarten an Mautstationen. Bip & Go macht das Bezahlen von Mautgebühren so einfach wie nur möglich. Ihre Bip & Go Box ist mit einem Guthaben verknüpft, das automatisch aufgeladen wird. Ein weiterer großer Pluspunkt von Bip & Go ist die internationale Nutzung. Die Box funktioniert nicht nur in einem Land, sondern kann in verschiedenen Ländern Europas genutzt werden. Das bedeutet mehr Flexibilität und Komfort für Vielfahrer. Zusammenfassend bietet Bip & Go eine schnellere, bequemere und flexiblere Möglichkeit, Mautgebühren an Mautstationen zu bezahlen. Wenn Sie also Ihre Reisen stressfreier gestalten und Zeit sparen möchten, könnte Bip & Go die Lösung für Sie sein. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Bip & Go gemacht? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal und sicheres Fahren!